Ein Geschenk an die Zukunft soll es sein, das Concert for Tomorrow. Innerhalb von wenigen Wochen haben Dirigent Michael Balke und sein Partner die Benefizveranstaltung auf die Beine gestellt. Die Einnahmen gehen an eine Musikschule in Butscher. Unsere Meinung ist, dass die Kinder eigentlich die größten Leidtragenden sind in diesem ganzen Konflikt und die hilflosesten. Und wir haben gesagt, wir wollen einfach was machen. Und erst war die Ohnmacht ziemlich groß und man denkt, man kann ja gar nichts machen. Und dann haben wir gesagt, welche Sprache gibt es, die mehr verbindet und die weniger Übersetzung braucht als die Musik. Mit dabei sind Künstler von Weltrang wie die Geigerin Arabella Steinbacher und der Tenor Levi Sekkapane. Hier spielen Musiker aus den Münchner Orchester neben ukrainischen Newcomern. So wie Alexandra. Sie floh bei Kriegsausbruch von Odessa nach Warschau. Jetzt lebt sie in München. Wissen Sie, es ist wirklich schön. Ich mag die Leute hier sehr. Sie sind sehr freundlich. Sie helfen alle. Wir fühlen die Unterstützung. Ich darf hier beispielsweise als Gaststudentin studieren. Es ist wirklich toll, dass wir die Chance haben, hier dabei zu sein. Ich weiß nicht, dass ich hier bin. Ihre Orchesterkollegin Tanja ist freiberufliche Musikerin aus München. Sie ist von der ersten Probe begeistert. Es ist die Sprache, die alle verstehen. Und ja, auch jetzt in den Proben wird zwar Englisch und Deutsch und alles durcheinander gesprochen, aber man muss gar nicht so viel sprechen. Die Musik erklärt sich von selbst meistens. Nicht selbsterklärend ist jedoch die Hilfsbereitschaft der Münchner. Dirigent Michael Baalke ist überwältigt. Eine Geschichte hat mich total berührt. Unser Symbol auf dem Poster ist eine zerbrochene Geige. Und unser großer Traum war es eigentlich, eine reparierte Geige oder eine Geige zu bekommen, die wir dann im Rahmen des Konzerts symbolisch überreichen können, so als Neuanfang. Dann haben wir einen Geigenbauer gefunden in München, der gesagt hat, ich stifte euch nicht nur eine Geige, sondern ein komplettes Kinderquartett. Das heißt, zwei Geigen, eine Bratsche, ein Cello. Alle etwas kleiner, direkt für die Kinder zu benutzen. Und die gehen dann im Rahmen dieses Konzerts nach Butscha in die Musikschule dort. Das Konzert findet statt am kommenden Samstag in der Isar-Philharmonie. Alle Gelder, die mit den verkauften Karten eingenommen werden, fließen in das Projekt in Butscha, damit die Kinder eine Sprache lernen, in der sie die Kriegserlebnisse verarbeiten können. Das Konzerts vor, das Konzerts vor. Untertitelung des ZDF, 2020